Drückt mal die Daumen, dass die jetzt Zeit haben. Das wird diskutiert. Ich möchte das heute fertig kriegen. Ich möchte nicht wieder eine Nacht hier irgendwo auf dem Feld schlafen und dann morgen früh hier reinkommen, sondern es wäre super, wenn die das heute geregelt kriegen und dann dann kann ich heute irgendwie abends schon mal in den Wald gehen mit einem neuen Hinterrad und einfach mal die Freiheit genießen, jetzt endlich mal loszulegen, nachdem das auch mit Andreas in irgendeiner Form, nicht so richtig, aber so eine Richtung angenommen hat. Er macht die Tour alleine weiter. Ich mache die Tour alleine weiter. Jetzt probieren wir was ganz Verrücktes. Jetzt wird hier ein Loch reingebohrt und der Eino. This is Eino and he helps me to try something new. Maybe it works, maybe not, but it's worth a try. So Eino will try to drill a hole in there, where the broken spoke is. You see, here is a broken out spoke, so maybe we can drill a hole in here and then we can fit in a new spoke there and that would be the easiest way to fix the whole problem. Yeah, with a chain on it. Yes, cool. This and this is... Ah, to shock, yeah. It looks like a fin from a shock, yeah. Yeah. This is like the distance, yeah, for drilling. Yeah, because I want to make sure that it just will break out again. Yeah, same. This is the not professional way, but yeah, but it is the MacGyver way, and I think the MacGyver way is the best way sometimes. So, the MacGyver thing was not so wrong when I said it. Eiche is drin, Eino is the MacGyver way is now quite wide. And now it is centered. Super eingespeicht and super centered. Hier gibt es die Ketten sozusagen nach Maß. Er holt die raus, legt sie daneben und sieht, wie lang sie sind. Dann müssen sie nicht verpackt werden. Dann kann man Plastikmüll sparen. Nippels in place. Ah, they took the nippels in place. Da lernen wir richtig was hier, ne? Ist ja wie die Sendung mit der Maus. Eino hat das jetzt hier super wieder reingebaut. Neue Bremse, neue Kette. Wird jetzt noch eingefädelt. Okay. And that's the most important part. Most important part. And it's also good for the environment, because if you don't do it, it will always lose some of this old stuff and put it into the nature. Thank you, Eino. You saved my day. You saved my trip. Thank you very much. You're welcome. Nice to see you. Nice to meet you. Aber es schleift trotzdem noch. Es sitzt nicht gerade hinten drin. Ich habe doch jetzt ein gerades Rad. Warum in dreiviertel Teufels Namen ist es immer noch am schlackern? Besser gesagt, das Problem liegt weiter oben hier. Dieses tolle Schloss. Irgendwie läuft es da nicht richtig. Das ist die neu reingedrillte. Mal gucken, ob das hält. Aber jetzt, ja, ich habe das gesamte Teil nach oben gesetzt. Jetzt schließt es nicht mehr. Ja, es wird einfach, es sitzt zu hoch. Aber dafür habe ich ein bisschen Platz hier gewonnen. Da hinten steht mein Balg. Lost in the Woods. Da ist das kleine Zelt. Da sind so kleine Pflanzen. Nicht, dass es von unten durch das Zelt sticht. Das gleich noch mal ein bisschen checken. Jetzt werde ich mir nichts mehr zu essen kochen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal kalte Küche. Käsebrot oder Geschneider. Und dann gehe ich schlafen. Und morgen geht es weiter. Und ja, das ist jetzt die neue Art zu reisen. Wildcampen. Irgendwo ein bisschen Strom zwischendurch aufpicken. Und dann wieder Wildcampen. Und nach Helsinki sind es tatsächlich nur noch knapp 170 Kilometer. Also, wenn überhaupt zwei Tage, ne? Das ist ja auch schon verrückt. Morgen muss ich dann mal die Fährverbindung nach Tallinn checken. Keine Ahnung. Nicht, dass jetzt Ferienzeit ist, aber am Fahrrad kommt man immer mit. Das wird schon gehen. Okay, gute Nacht.